Die DFB-Pokal-Auslosung, das sind die Paarungen der zweite. Rund nach WM-Desaster, diese elf Spieler sollten von Löw eine Chance erhalten kommen. Verletzung, kommt Draxler als Ersatz. 90 Minuten auf der Bank, Zorc erklärt Götzes Reservistendasein gegen Leipzig. Geheime Verhandlungen, neues PSG-Angebot für Jérôme Boateng im Anflug. Geheime Verhandlungen, neues PSG-Angebot für Jérôme Boateng.